Ich lerne Deutsch. Stuttgart Warum sollte ich unbedingt Stuttgart kennenlernen? Stuttgart ist eine Stadt in Deutschland, die man gesehen haben muss. Es gibt viele Gründe, warum Stuttgart ein großartiges Reiseziel ist. Hier sind einige Dinge, die du sehen und erleben kannst. Stuttgart hat eine faszinierende Geschichte. Die Stadt wurde im 10. Jahrhundert gegründet und hat eine lange Geschichte als wichtiger Ort in Deutschland. Du kannst viele historische Gebäude und Denkmäler sehen, die Jahrhunderte alt sind. Einer der Höhepunkte in Stuttgart ist das Mercedes-Benz Museum. Hier kannst du die Geschichte der berühmten deutschen Automarke kennenlernen. Es ist ein beeindruckendes Gebäude mit vielen interessanten Ausstellungen über die Entwicklung der Autos im Laufe der Zeit. Ein weiteres Muss ist der Stuttgarter Fernsehturm. Von dort oben hat man einen atemberaubenden Blick über die ganze Stadt und das Umland. Es ist eine tolle Möglichkeit, Stuttgart aus der Vogelperspektive zu sehen und Fotos zu machen. Wenn du die Natur liebst, solltest du den Schlossgarten besuchen. Er ist ein wunderschöner Park mitten in der Stadt, in dem man spazieren gehen, picknicken oder einfach nur entspannen kann. Er ist bei Einheimischen und Touristen gleichermaßen beliebt. Stuttgart ist auch für seine Kulturveranstaltungen bekannt. Es gibt das Staatstheater Stuttgart, wo man Opern, Ballette und Theaterstücke sehen kann. Es ist ein großartiger Ort, um deutsche Kultur zu erleben und Kunst in all ihren Formen zu genießen. Und natürlich darf auch das schwäbische Essen nicht fehlen. Stuttgart ist berühmt für seine leckeren Spezialitäten wie Maultaschen, Spätzle und Schwarzwälder Kirschtorte. Du solltest auf jeden Fall in ein traditionelles Restaurant gehen und die lokale Küche probieren. Alles in allem hat Stuttgart für jeden etwas zu bieten. Egal, ob du dich für Geschichte, Architektur, Natur oder Kultur interessierst, du wirst bestimmt etwas finden, das dir gefällt. Also mach dich auf den Weg und entdecke diese wunderbare und interessante Stadt. Danke fürs Zuhören und Mitlesen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. 3 2 3 4 4 5 6 5 6 7 Vielen Dank.